Aber ich sehe halt immer, wenn ich zum Beispiel raus tappe und dann nebenbei was anderes mache, dann sehe ich halt über OBS immer, ob es weiter geht oder nicht. Also, ja, dank dem zweiten Monitor sehe ich das, Gott sei Dank. Aber halt auch nur, wenn ich streame. Uh, wir sind wieder in Japan. Wir sind zusammen gespawnt. Let's go. Neben einem Generator. Das ist immer gut. Also, das hier ist der Punkt, wo ich auf dieser immer starte. Ach, reicht. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Löcher, äh, dass die Reifen der Generator in Platz sind. Stimmt. Also, da hinten ist einer. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn mir nur angewöhnt, zu schleichen. Ah, doch, da kommt man durch. Gott, ich dachte gerade schon. Wie... Sneaky person. Oder eine sneaky cat. Cats are very sneaky. In my opinion. In my opinion. What? Aponsion. Ja, genau. Gutes English. Und da liegt sie und dann auch noch in unserer Nähe, ey. Geht da und genau, wird verzeigen. Ich frage mich, gegen wen wir es jetzt aufnehmen müssen. Die's kommen nicht hierher. Gut sie. Ich bin hier im Spind. Ja, das ist dieses komische Schleichviech-Dingenskrams da. Ghostface ist es sein Name. Ja, ich weiß es noch nicht. Ghostface ist es sein Name. Nein, nein, guck hier ja nicht rein. Mädel. Jetzt seht. Er hat mich erwischt. Geschafft. Aha. Ich muss schnell den Generator fällig. Ghostface. Ich habe ihn nicht gesehen. Please go away, please go away, please go away, please go away. Oh, der hat mich. Oder der hinten. Ja, was soll's. Hier hinten ist auch noch eine Person. Ich finde es nicht ganz so schlimm. Okay, natürlich werde ich in den Keller geholt. Wäre ja auch zu einfach. Und wir machen ja auch gut Fortschritt, was die, ähm, Dinger angeht. Ja. Ihr wisst schon, dass nur einer zu mir kommen muss. Oh, eine wurde erwischt. Lass mich raten, du rückst dir auch hier noch runden. Lass mich raten, du rückst dir noch nach unten. Jump scare. Jump scare. Alter. Philipp. Bist du irre? Was hat sich gejumpscared? Der Alert. Philipp. Nein, nicht hier runterkommen. Nicht hier runterkommen. Sie ist noch da. Sie ist noch da. Also er ist noch da. Ja, aber es geht dir gut. Solange du nicht den, äh, Generator vermasselt hast, deswegen. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Gut. Okay, sie kommt uns retten. Ja, ich hoffe. Ich bin... Gut, wie Gott. Also. Oh, natürlich. Oh, scheiße. Und sie... Okay, ja. Ist auf jeden Fall... Er schleicht auf jeden Fall bei euch rum, hä? Ja, er schleicht nicht nur bei uns rum, er ist da noch. Aber... Das macht das Retten minimal schwierig, dann. Ja, aber ich bin noch, äh... Ich hab's noch rausgeschafft. So. Jetzt werde ich mich erst mal selbst heilen. Generateur geschafft. Nur noch einer. Und sie hat ihn auch... Sie hat ihn bekommen. Ich merk's. Ich wette, da hängt jetzt der die ganze Zeit in der Nähe rum. Jupp. Warte, ich komm mal zu dir. Hallo. Hi. Wann machen wir jetzt? Den letzten Generator und einer sollte retten gehen, aber ich glaub, der wird da weiter rumfleichen. Ja. Geh ich auch von aus. Äh, darf ich das, ähm, Ausgangsteufel? Das kannst du machen. Wenn wir es soweit schaffen sollten. Okay, einer von den beiden ist auf jeden Fall tot. Ja. Oh, der kommt. Oh, ja, da ist er. Er hängt. Hast du mich gesehen? Oh, klar, Tümmeling, wie sieht er mich? Jo, dann kann ich kurz platzendieren. Nein. Gut. Hoffe ich. Ich halte ihn ein bisschen. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, er ist in deine Richtung gegangen. Glaube ich auch. Oh, ne, er hängt bei mir rum. Okay. Bitte komm, nicht, geht's. Bitte seh dir nicht den Spind an. Oh, natürlich seh er sich den Spind an. Okay, vergiss es, ich bin tot. Das ist aber nicht geschafft, mich herauszuwinden. Das wäre auch sehr natürlich schön, aber... Bye. I'm dead. I'm dead. What choice? Ich kann mal machen, nichts. Nee, leider. Da hinten ist er. So, ich geh schon mal... ...mich selbst, äh... ...ausrüsten. Mhm. Hm-hm. Oh, Stufe 3. Fast geschafft. Oh. Komm. Komm her. Er schafft sie es da wenigstens noch. Oh, ich weiß, dass sie müssen, wo die Luke ist. Jo, wenn du das noch machst, gehe ich kurz auf die Läder. Ja, ja. Bis gleich. Bis gleich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Danke, verdammt. Oh, los, ihr Zeugmädchen. Ja, ja, ich weiß, du kämpfst da. Ja, bewusst. Ich bin gerade wegfluchig. Geh, öffne das Tor. Ja, Junge, ich hänge hier noch. Ja, was, was du da bist, Mädchen? Nee, was ist auch nicht. Ja, ich sehe dich. Ja, ich weiß, was du da bist. Hier, lauf denn. Öffne das Tor. Öffne das... Wie blöd bist du? Öffne das Tor doch einfach. Genau. Öffne das Tor. Geh zu. Und wie läuft's gerade? Öffne das Tor ist fast offen. Gut. Ich hänge das zweite Mal. Äh, hängen? Also du hängst doch hier. Ja, ich hänge. Und, äh, ist da jemand bei dir? Ja, sie versucht's, aber ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ja. Er ist, äh, halb am Kämpfen. Es wäre für sie einfacher, wenn sie einfach rausrennen würde. Ich weiß zwar auch, wo die Luke ist. Aber... Okay. Setze mich wieder. Ja. Sie rettet dich. No run. Aber ich schaff's nicht. Hä? Oh ja. Oh scheiße. Sie ist gerade ums Spreen deswegen. Ja, renn raus. Los. Sehr schön. Okay, ruhe ich mir meine Erholungspunkte noch. Ja, ja, wie soll ich die Luke finden? Oder? Das ist bestimmt nicht so nett. Du trägst mich zur Luke, oder? Aber ja, klar. Du bist kein netter Killer. Ja. Was soll man machen? Ich kann mal machen nichts. Also, wir wollen die nächste Runde starten, gleich. Ja. Ja. Nein! So kurz am Punkt vorbei. Okay. Ich muss mal mit der Sennikasten, Sennikasten. Hm. Grüße. Oh, das da will ich haben. Dum, 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 dum. Ah, du bist schon bereit. So. Ja, so bereit, wie es so geht. So, letzte Runde für diesen Sonntag für mich. Außer mal, wir werden gleich wieder rausgekickt, weil der Killer gesagt hat, nöp, nöp. Nöp, nöp, nöp. Ja, stimmt. Nöp, nöp, nöp. Noping out, nennt man das auch bei den coolen Kids. Ja. Nöp. Ach ja. Ja, es wäre so schön, mal lebend daraus zu kommen. Ich bin hier, um Dead by Daylight zu spielen, nicht um auf Reddit rumzucruisen. Hast du eigentlich Reddit? Nee. Ist ganz nett, wenn man möchte, dass deine Videos... Ich habe ja gerade einen YouTube-Channel, Womaster 3000. Ich weiß. Womaster 3000, ich sage es ja für die Zuschauer, die ihr das noch nicht kennt, habe ich jetzt ein paar Memes gemacht. Und in Reddit gibt es eigentlich für alles eine Community. Für Legacy of Cain, Kingdom Hearts, Resident Evil. Und im Endeffekt kann man da Sachen posten, meistens in die Communities. Und das ist eigentlich ein ganz guter Weg, um seine Videos rauszubekommen. Naja, okay. Nur nicht von gehört vorher. Von Reddit oder von sowas? Von Reddit. Habe ich noch nie gehört. Also, dass es sowas gibt, das weiß ich, aber... Du wirst nicht, dass es Reddit heißt, hm? Ja. Reddit. Ich glaube, das heißt entweder... Ich frage mich, ob der Name irgendwie davon kommt, so... Reddit, also I Reddit. Aber schnell hintereinander gesagt. I Reddit! Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann es mir so vorstellen, aber... Du, Leute. Findet eine Gruppe. But loads. Kleine Eidaria muss mal. Okay. Ja, ich will jetzt so kurz vorher Ende von DVD nicht aufs Klo, deswegen... Ja, klar. Sollten sie... Schnell... Reunen, damit ich abgelenkt bin. Schade, dass man nicht sieht, wie... Man mit diesen Charakteren rumzucken kann. Richtig kleine Dance-Moves. Also, wenn man diesen Charakter hier dreht, kann man... Also, festzettet mit der Maus, kann man den hier drehen. Ja. Leider sieht man das... Leider sieht man der andere nicht. Genau, was war das, was ich meinte? Wenn man macht... Könnte man eine coole... Dance-Show machen. Jupp. Ah! Oh, mal die Gebete, wo man hört. Jupp. You spin me right round, baby, right round. Like a record, baby, right round. Das könnte man dann machen. Stimmt. Und dann könnte man eine schöne Meme machen. Ja, wär cool. Ah, in Übrigen, du sollst vielleicht... Okay, na gut, so groß bist du noch nicht, dass Leute Memes für dich machen. Aber wenn du so groß bist, musst du auf jeden Fall... ...ne Meme-Section in Discord einführen. Den kann ich machen. Gar nicht. Weil viel... Weil Meme-ing ist... ...überall. Du kannst ihm nicht entkommen. Oh, hat bei mir eigentlich ganz gut geklappt. Noch. Noch. Aber war es nur, wenn du groß wirst. Wenn du groß bist, so. Wenn ich groß bin, will ich... Okay. Wenn, wenn denn dann. Wenn denn dann, dun. Warte, was? Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Mache ich mir aber auch gar keine Gedanken drüber. Das ist gut. Wenn es passiert, passiert es, wenn ich dann nicht. Ich bin froh über die Leute, die reinschauen. Mit denen man sich so weit so gut versteht. Die Spaß daran haben, was hier abgeht. Ewigen Sterben. Fellmomenten. Okay, komm schon. Wir haben uns heute eigentlich gar nicht so schlecht angestellt. Wir haben zwei der bisher drei Runden geschafft. Naja. Also ich bin nur einmal rausgekommen. Oh, okay. Okay, aber einer von uns beiden. Darauf will ich ihn aus. Ja, gut. Immer schon positiv denken. Ja, damit habe ich Probleme. Ich weiß. Diese positiven Vibes, die bekommen wir nicht. Oh, Payrose. Wir sind wieder in Sumpf gelandet. Oh, nö. Ich habe sie nie mehr. Ja, auch nie meine Lieblings-Map. Hallo. Oh, nicht Sing-Sang. Sing-Sang, Tante. Ja, sie kommt genau da hin. Oder hast du jetzt gesehen? Nein. Hast du das gesehen? Ja. Ich bin hier weg. So, 50-50 Chance. Ich glaube, sie ist weg. Obwohl, eigentlich ist es keine 50-50 Chance. Okay, für uns ist es eine 50-50 Chance. Für sie wäre es eine 100% Chance. Weißt du, da unten war Generator, aber die ist hier gerade ein bisschen zu offen. So nah dran. Oh! Die ist da oben. Im Schiff. Toll. Ich bin am Strauch. So, das hatte ich sie so eben kurz gesehen. Bei dem anderen. Ja. Da ist Sing-Sang. Wir tarnen uns einfach. Wir sind einfach nur Gräser. Wir wiegen uns im Wind hin und her. Ja, Tante, wir sind jetzt ein... Okay. Oh. Verbie... Verbiese dich! Hallo! Die sucht da dir! Okay, sie geht zum anderen Generator. Wir können... Oh. Let's go. Totem. Was? Totem. Okay, gut. Was ist denn mit deinen Toten? Hm. Okay, sie geht auf jeden Fall. Wo bist du? Ich bin bei dem Toten. Okay, warte. Hier, komm nochmal zurück. Zieh zurück. Ich hab Angst alleine. Ich hab Angst alleine. Die singt Dank Tanze ist geruselig. Ja, ist sie ja auch. Und jetzt... Und sie singt schräg. Tschüsschen. Also, was machen wir? Und ein Generator, der sicher ist? Ich hab dir schon wieder. Ich glaub, wir gehen gerade auf sie zu, oder? Weiß nicht. Sie ist aber eh überall. Sie ist überall und nirgends. Und wir haben noch nicht einen Generator repariert. Oh, weiß. Die ist aber auch keiner. Mach den mal kurz auf. Vielleicht ist da was hier wichtiger, cooleres drin. Da ist ein Generator. Warte, ich komme. Alles gut. Warte kurz. Ich nehme das Goldene. Wo ist hier der Generator? Hier unten, aber sie ist gerade in der Nähe. Hier ist echt überall. Ich bin umspinnt. Okay, mach das. Ihr läuft mit zu viel hin und her. Ben ist auf jeden Fall ein Generator. Warte, ich helfe dir, Mädel. Gott, das war eben seltsam. Bei OBS wurden mir gerade die Subs nicht mehr angezahlt. In der Statistik. Geschafft. Ah. Jetzt hab's mal einfach ausgeblendet. Oh ja. Please go away. Ja, das denken wir auch gerade. Okay, das wird nichts. Nein, nein. Oh doch, ich hab sie ausgetrickst. Yes. Miso smart. Kannst du mal weggehen? Ah, Miso death. Ah. Oder warte, sie nimmt mich auf. Sie, sie nimmt mich auf. Genau. Er nimmt mich auf. Oh ja. Diese ganz klar weibliche Person ist eine eher. Ja. Ein divers. Nein. Nein. Nein, Quatsch. Ah. Und vor allem, der eine heißt einfach deadly quarantine. Stimmt. Tödliche Quarantine mit einem Copyright. Wohlgemerkt. Am Ende, die ist er. Ja, ich weiß. Was ich mich gerade frage. Was? Ich weiß das, dass er da auf dir steht. Das wollte ich damit sagen. Mal. Was du... Hättet ihr sein können, dass ich nicht weiß. Nee, das weiß ich ausnahmsweise mal. Ich weiß die Vier, aber das weiß ich. Was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte, deadly quarantine. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein... Alter, du blödes Arsch. Streamer ist, der während der Quarantäne im letzten Jahr angefangen hat zu streamen. Alter, dieses blöde Arschloch, ne? Tröte Grund. Aber er lockt diese blöde Kuh auch noch hierher. Er mag sie heilen. Alter! Er will, dass sie deinen Gesang mit der ganzen Welt teilen. Und da hinten ist sie. Nicht was. Okay, hat er sich... Okay, jetzt ist er wieder. Oh mein, sie kommt wieder zurück. Ah, oh, what? Okay, ich habe die Palette umgestoßen und wurde dann gehittet. Ah, toll. Was soll's, ich verabschiede mich. Ich werde mir auch im Keller anhaken können, Mädel. Egal, jetzt sehe ich dir noch zu. Vielleicht schaffst du es ja. Ich? Nee. Wieso? Du bist noch nicht einmal angehangen. Aber warum noch nicht einen Generator fährt denn? Und da geht der Siobaden. Oder... Sterben? In den Himmel. Weiß ich genau. Ja. Spaltarchiv wurde... Habe ich geschafft. So, Aldaria repariert und ist fertig. Nice. Ist auf jeden Fall in der Nähe. Ja, ich weiß. Alter! Eig... Wir müssten uns eigentlich mal für jeden... Wie oft dieser Typ, die blöde Kuh schon zu mir gelockt hat, ey. Wir müssten uns eigentlich mal für jeden Killer den Spitznamen ausdenken. Singesang Tante. Singesang Tante und Corona haben wir schon mal. Stimmt. Ähm, ich glaube, Michael Myers könnten wir Creepy Dude nennen. Creepy Dude, ja. Weil er dich ja dauernd so creepy ansieht. Einfach nur... Einfach nur creepy. Creepy reicht. Wir können den... Wir können den Creep nennen. Creep! Ja, genau. Creep. Michael Myers ist Creep. Hillbilly ist Rum... ...ist Sprinter. Stimmt. Also... Was? Ich hab's ja nur zugestimmt. Und... Äh... Der... Einer Typ, der sich ungesperr machen könnte, ist... Glocke? Glocken... Ne... Dingeldangle. 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 Dingeltanglebomb. Nein, ne. Dingeltanglebomb. Hey, warum nicht eigentlich? Weil der Typ ist auch ein Serienmörder, also... Okay, kein Serienmörder. Der will nur Bart umbringen. Oh Gott. Jetzt hat sie mich. Noch nicht. Jetzt hat sie mich ernennen. Okay, jetzt hat sie mich. Ah! Killer geblendet... Ich hab's geschafft! Yes! Ich hab's einfach geschafft, Killer zu blenden! Ja? Wie geil denn das denn? Ich das erste Mal! Ich kann mir nicht verkaufen, aber... Warte kurz. Davon mach ich mir mal einen Clip gleich. Ah, Kacke! Okay! Aber ich hab's einmal geschafft! Juhuhu! Ah! 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 Ach! Ah! Ah! Letowania! Ja, es wäre nett für mich, wenn ich immer Krems bekomme. Wäre ganz sinnvoll. Am besten vor der zweiten Farbe. Ja, das ist drauf. Zum ersten Mal klar geblendet. Ja, es geschafft. Nee, warte. Aldaria blendet zum ersten Mal einen Killer. Kilder. Ja, Kilder. Das ist die Götter nicht. Wortschleifen, Musik suchen, Druck hat. Egal. Okay. Kommt ihr nur noch zwei. Willst du noch da? Ja, ich konzentriere mich gerade. Okay. Weil sie jetzt schon wieder in der Nähe ist. Ja, wo ist sie? Ja, wo ist sie? Ja, wo ist sie? Geht's zum? Ja, wo ist sie? Oh, sorry. Geh! Ja, komm schon. Oh, fucker. Kapitel. Wo bin ich? Oh, oh, oh. Scheiße, 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 scheiße. Oh! Kacke! Sieht diesmal eher weniger gut. Ach, sieh auch! Sie hat sich kommen. Ja, ich hänge hier so ein bisschen ab. Ich hänge hier so ein bisschen ab. Ja, ey, ist immer eine schöne Sache, ne? Ja, ganz gemütlich hier. Wetter passt auch, es regnet nicht. Du, ja, äh, droht ein Tentakel in den Mund zu fnen ein. Geht ja gar nicht in den Mund. Geht ins, äh, in die Kehle. Ja, schlimm genug. So hörst du dich grad an. Ja, ich weiß. Das war süßes Wort jetzt. Äh, 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 äh. Wie ein kleines Vögelchen. Wie ein bum 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 bummerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Bum 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 bummerang. Das hört sich nach einer interessanten Beziehung an. Vor allen Dingen, wenn man Schluss gemacht hat. Mhm. Weil ich glaub, dann möchte man das nicht mehr. Ja, ich glaub nix, ne. Aber schon nur noch einer. Ja! You can do it. You can do it. I can do it. Okay. I can do it. Und wenn du hast heute zum ersten Mal erfolgreich einen Killer geblendet oder so. Ja, ich hab immer Volkserlebnis gehabt. Sorry. Alles gut. Ich hab immer wieder ewig. Oh, das wird eh nicht. Gut. Aber mutig, dass er erbringt. Ich glaub nur nicht, dass wir es schaffen werden. Ich glaube nicht. Alter, du blöde Kuh. Oh Gott. Nippie Knappi. Ja, das wird nichts. Da kommst du schon wieder. Ich weiß ganz genau, dass ich hier bin. Okay. Woher weißt du das? Weil sie hier die ganze Zeit rumschleicht. Und immer wieder an diesen Ort zurück. Sie kann immer zum Ortsverbrechens zurück. Das ist so gut zu sagen. Vor allem das eine Mal hätte ich mich sehen müssen. Da ist das Feuer mir vorbei. Vielleicht schaffst du es jetzt sogar noch. Nee. Jetzt müsste ich erstmal den Generator fertig kriegen. Außen das Tor aufkriegen, was hier hinter mir ist. Wie soll ich das schaffen? Okay. Okay, jetzt hat sie ihn aufgehängt. Das wird nichts. Ich weiß nicht mal, wo die Luke ist. Die Luke aufgehängt. Genau, nimm das andere. Tor. No, 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 no. Guck mal, bin ich angespannt schon wieder. Kann ich verstehen? Das glaub ich niemals. Ich schaff's. Ach du Scheiße, ey. Boah. Alter, Anspannung. Ja, aber du hast es geschafft. Oh ja, ich habe damit aber nicht gerechnet. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Siehst du? Siehst du? Wir haben eigentlich in jeder Runde ist eigentlich von uns immer einer einen Kong. Alter, fast zwei Punkte gemacht. Nur fast? Ja, fast von diesen Punkten. Die Stufenpunkten. Da fast zwei gemacht. Nein, aber nur fast meine ich. Ja, ja, nur fast. Na, schade. Leider. Dann... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020